In diesem Video zeige ich dir ein wirklich leckeres Hackrezept. Du findest die genauen Mengenangaben einmal unten in der Videobeschreibung. Zuerst nehme ich hier einmal die Kartoffeln, die habe ich schon geschält und schneide sie jetzt in kleinere Stückchen. Du kannst sie im Prinzip auch ganz lassen und dann kochen. Das dauert natürlich nur etwas länger, deshalb schneide ich sie jetzt einmal in kleinere Stückchen und gebe sie dann in einen Topf. Das mache ich mit allen Kartoffeln, die wir hierfür brauchen und dann kommen diese einmal auf den Herd und werden hier kurz gekocht. So ungefähr 10 Minuten sollten hier ausreichen, einfach nur damit sie etwas weicher sind. In einer Pfanne kann währenddessen einmal die Zwiebel angebraten werden. Die habe ich schon in kleine Stückchen hier geschnitten. Mit etwas Öl oder Butter in die Pfanne kurz anbraten und dann kann auch das Hack schon mit dazu und auch das wird dann hier einmal richtig schön angebraten, bis es so gut wie durch ist. Zwischendurch natürlich immer mal umrühren. Danach würzen wir das Ganze dann mit Salz, Paprika, Pfeffer und Knoblauchpulver und geben außerdem noch die gewürfelten Tomaten mit dazu. Alles schön miteinander verrühren und noch kurz köcheln lassen. Danach kannst du das dann vom Herd nehmen und kurz beiseite stellen, während wir uns um den Rest kümmern. Denn die Kartoffeln habe ich jetzt auch schon einmal abgegossen. Hier gebe ich dann noch etwas Butter mit dazu und stampfe die Kartoffeln dann einmal komplett. Bis wir so eine schöne breiige Konsistenz haben, denn die brauchen wir jetzt für den weiteren Verlauf dieses Rezeptes. Wenn du alles schön gestampft hast, nimmst du dir nämlich eine schöne Auflaufform oder einfach ein Backblech. Nimmst immer etwas von diesen Kartoffeln und formst daraus eine kleine Kugel, so wie du es hier sehen kannst. Danach nimmst du dann ein Glas, steckst dieses einmal in die Mitte, drückst es etwas ein mit dem Ziel, dass wir hier so eine kleine Mulde in der Mitte formen. Danach musst du das Ganze dann noch einmal etwas nachformen, wie du hier sehen kannst oder wie das wieder etwas zurechtrücken. Und hier geben wir dann etwas Käse hinein und danach kommt dann auch schon das Hack dazu. Das fülle ich jetzt in das Loch, verteile das ganze Hack quasi einmal in den, in unseren kleinen Kartoffelnestern sozusagen. Dort kommt dann noch etwas Käse mit oben drauf und dann kann das Ganze auch schon in den vorgeheizten Backofen. Und wenn es dann fertig ist, dann kannst du es auch schon direkt essen. Schmeckt wirklich unglaublich lecker. So ein richtig schön leckeres Kartoffel-Hack-Rezept, was wir hier gemacht haben. Solltest du auf jeden Fall einmal probieren, wenn du Hack und Kartoffeln gerne isst. Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, würde ich mich natürlich außerdem über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie dir das Ganze geschmeckt hat und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues leckeres Rezept mehr verpasst.